Hallo, ich wollte euch einladen, am 8. März am Tag der Internationalen Frauentag an einem Stadtrundgang teilzunehmen. Und zwar passend zum Internationalen Frauentag wird die Regionalgruppe Adag Ahrweiler zusammen mit dem Jenny-Marx-Club Ahrweiler einen historischen Stadtrundgang mit dem Thema starke Frauen in Ahrweiler durch die Ahrweiler Altstadt machen. Start und Ziel ist jeweils das Antiquariat Huste am Marktplatz 8 in Ahrweiler. Nach dem Rundgang können wir uns dann gerne bei mir noch auf einen kleinen Umtrunk und einen kleinen Imbiss treffen und über den Stadtrundgang diskutieren. Ziel ist es, über den Internationalen Frauentag zu reden. Das ist ein Weltfrauentag oder Frauenkampftag. Internationaler Frauenkampftag oder Frauentag ist ein Welttag, der am 8. März begangen wird. Er entstand als Initiative sozialistischer Organisationen in der Zeit um den Ersten Weltkrieg im Kampf um Gleichberechtigung, das Wahlrecht für Frauen und die Emanzipation von Arbeiterinnen und die Vereinten Nationen erkoren in später als Tag der Vereinten Nationen für die Rechte der Frau und den Weltfrieden. Ich hoffe, wir können uns sehen. Wir starten circa 18.30 Uhr am Antiquariat und ich würde mich freuen, möglichst viele Frauen, aber auch interessierte Männer bei diesem Stadtrundgang begrüßen zu dürfen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr ja hier unter diesem Beitrag kommentieren, ob ihr dabei seid oder nicht. Ciao, ciao!